Krisen, große Veränderungen, ein neues Normal führen zu Verunsicherung. Führungskräfte auf der mittleren Führungsebene sind davon in dreifacher Hinsicht betroffen. Die Mitarbeiter wollen wissen, wohin die Reise geht. Diese Orientierung besteht aber auf Ebene der Geschäftsleitung womöglich noch gar nicht. Die Geschäftsleitung verlangt zur Strategiebildung Prognosen und Analysen. Diese sind schwerlich sofort verfügbar. Ansprüche von beiden Seiten, so wie immer in Sandwich-Position, nur diesmal besonders drängend. Dazu kommt die eigene Verunsicherung. Erstens, trifft mich die Krise unvorbereitet, brauche ich Zeit zur Reflexion. Informationen und Sichtweisen einholen, aus allen Richtungen. Zur eigenen Entlastung eingestehen, dass ich nicht auf alle Fragen sofort die perfekte Antwort geben kann. Zweitens, handeln, entscheiden, führen. Mit dem Wissen arbeiten, das ich habe. Auch offen kommunizieren, wozu noch keine Informationen vorliegen oder wo es noch keine verbindlichen Regelungen gibt. Drittens, erneute Reflexion. Gerade auch der kritischen Stimmen. Liegen neue Informationen, neue Entwicklungen vor? Der Wechsel von Reflexion und Handeln sichert eine Anpassung an die Gegebenheiten und bietet Orientierung für die Mitarbeiter. Die Arbeitswelt im neuen Normal ist eine andere. Das bedeutet auch völlig neue Voraussetzungen für Führungshandeln. Eine aktive Führungskraft kann das für sich nutzen. Eingefahrene, suboptimale Muster können überwunden werden. Das neue Normal erfordert ist. Die Führungskraft wird zum Gestalter mit neuen Möglichkeiten. Die bewährten Kommunikationskanäle, die Verbindungen ins Unternehmen sind eingeschränkt. Als Führungskraft kann ich in meinem Team neue Kommunikationskanäle schaffen. Eine neue Kultur. Vielleicht sogar ganz bewusst etwas abgeschirmt von größerer Unruhe am Standort. Kurze virtuelle Wege ermöglichen spontane Meetings. In der Sandwich-Position bin ich für meine Mitarbeiter schnell erreichbar und kann auch die Verbindung zur Geschäftsleitung forcieren.